Okay, let's go! Hör zu, Bruder! Wir sind diese komischen Chaos-Brüder, die immer alles direkt verkacken. Kriegen wir es heute mal hin, das First Try vielleicht zu schaffen? Vielleicht? Äh, ja! Ich geb dir kleiner Pinky-Schwur. Kleiner Pinky-Schwur, okay, das reicht mir aus. Hör zu, wir gehen direkt bei der Brücke runter, sammeln geile Waffen ein, gehen dann zum Lama, holen die Materialien und dann werde ich euch zeigen, wie viele Metallplatten ich in meinem Zelt drin habe. Ey, werdet abschnallen, die Community hat so viel gesammelt, das wird so verdammt geil werden. Und wenn wir es dann klug anstellen, haben wir eine Sky-Base, die so monströs geil sein wird, dass sie niemand vernichten kann. Die unzerstörbare Sky-Base heißt sie dann, oder? Ja, ja, genau. Also wir überlegen uns nicht die, ne? Oh! Was denn, du Clickbaiter? Flare Gun von oben runterschießt mit Feuer. Yo, das ist so gut. Wir fighten da hinten, wir müssen da hinten. Let's go, das ist ein Einsatz für die Chaos-Brüder, unser neuer Name. Die Chaos-Brüder, der gefällt mir, der ist schon stabil. Ja, hier ist einer, let's go. Ich lande auf ihn. Lande auf ihn. Ey, das ist Midas. Der aus der Lobby, Bruder. Niemals, ehrlich? Ich werde seine Hütte abfackeln. Ne, werde ich nicht. Ich werde ihn anschießen. Ab ihn. Ab ihn? Hier sind ganz schön viele. Stirb. Perfect, let's go. Wow, das nehmt mich einer. Sind das Leute im Wasser? Da ist einer im Wasser. Ein Bond. Ich hab ihn. Hier kommt noch einer. Ja, ja. Wow, der linst auf mich. Oder wie das heißt. Hab ihn getroffen? Say goodnight. Ich werd den mit dem Baum fällen. Gib mir kurz. Mach, mach. Mach. Baum, töte ihn. Oha, der hat noch mal Schaden bekommen. Wollen wir holen, Lamy. Auf geht's, werter Freund. Glück doch nicht. Hey, was für dich doch nicht. Ich hab dich Bruder mein Video genannt. Komm mal ganz schnell wieder runter. Nur gezwungenermaßen. Hey, Lamy, bleib hier stehen. Mach keinen Quatsch. Ey, wir brauchen das Lava. Mach keinen Quatsch. Das wird so wichtig werden. Hast du wohl ein Zelt gesehen? Ne, leider nicht. Vielleicht gibt's hier drüben Zelte. Vertrau, komm mit. Ja, ja, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich brauch sein Spray. Ich brauch sein Spray. Boah! 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 Was für den denn von mir? Du hast ihn nicht einmal berührt. Das wollte ich doch haben, damals als Funktion. Du hast ihn nicht einmal berührt, ne? Ne, ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Wurde einer wieder geholt, ne? Yo. Die holen wir uns. Von wegen, waren wohl doch nicht nur alle Spots, ne? Der Respawn-Bus, der lüft halt nicht. Ich hab ihn. Das ist er da vor mir. Ich bin einmal erwischt, aber ich hab halt nur eine AR, ne? One-Shot. So, ich seh. Ja, der war wirklich One-Shot. Er hat nicht gelogen. Meine Mets, Mann. Ich hab ihn null getroffen. Getroffen? Ich hab ein Jump-Hit. Let go. Haben die wenigstens Mets dabei gehabt? Ne, leider nicht. Links, Gegner. Egal, die Gegner spielen keine Rolle. Ich zeig den Leuten, was hier jetzt passt. Mal auf, Freunde. Guck mal ins Zelt rein. Wir haben hier 411. Plus 999. Ey, das ist so krank. Wir nehmen jetzt erstmal die 411 mit. Ich würde noch mehr mitnehmen, aber ihr wisst, wenn ich runterfalle und sterbe, dann sind einfach alle Sachen weg. Wir bauen jetzt gleich irgendwann hoch. Seid bereit, dass wir zu wild werden. Da ist einer auf der Brücke. Auf der Brücke vor uns. Batman. Hab ihn. Angeschossen. Ist fast down. Stabil. Okay, okay. Dann ist noch einer. Ist er down? Hä? Hier ist doch nur genug. Egal. Tot. Ey, da ist einer. Hab einen. Boom. Kannst du nochmal hochbauen und ich baue damit den Platten hoch? Ja, 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 ja. Ey, das wird gut werden. Ich schwöre es euch. Auf geht's. Aber nur so, ne? Oh mein Gott. Ja, es geht los. Letztes. Aber wir müssen warten. Lass warten. Lass warten, bis die Zone kommt, oder? Okay. Ey, Leute, das ist so krank. Guckt euch das an. Ey, guckt euch das an. Ähm. Ist das ein Problem, dass ich Hörnangst hab? Ja, das ist ein Problem. Ey, ich sehe einen. Wir sind die Skybase-Boys. Nochmal getroffen. Let's go. Let's go. Oha. Oha. Okay. Wir haben leichte Probleme gerade. Aber da macht ihr Baba Auge. Oh shit. Nein. Mach Spidey. Hab ich, hab ich, hab ich. Oh mein Gott, ey. Die können uns hier nicht runterschießen. Nein. Ich bin der Beste, Digger. Mach mal eine Bodenplatte. Ich hab keine Schmerz. Das ist das hier. Die machen sie kaputt. Ich bin, ich bin, nein. Swing, swing, swing. Wir bauen neu auf. Wir bauen neu auf, wenn die tot sind. Hör auf, mir so Angst zu machen. Wirklich jetzt. Nein. 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 Ey Leute, das wird so heftig werden. So, wir bauen jetzt hier alles voll. Boom, boom, boom. Kein Problem. Ey, wenn wir in den Tornado geraten, sind wir auseinandergenommen, ne? Stimmt. Kannst du mal aufhören, sowas zu sagen? So, jetzt geht's hoch. Du brauchst gar nicht so heftig bauen, ne? Es reicht eine Platte aus. Die werden das eh nicht kaputt machen. Kannst du jetzt gleich einfach den Boden setzen? Dann bauen wir einfach die andere Richtung. Ja. Dass wir nicht nur so schräg hoch bauen, sondern so diese Wendeltreppe. Da schießt schon einer. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter diesem Berg da. Ja. Du hässliger. Der denkt, der kann da jetzt abhauen, ne? Oder? Ja. Seine Mails kommen, seine Mails kommen. Vorsichtig. Nein, ich wollte da das Skybase bauen. Wollen da alle fighten mit denen. Die wollen alle auf uns. Stopp. Freunde, schieß nicht, schieß nicht. Die wollen mithelfen. Ja, ja, let's go. Der soll aufhören. Der soll mal aufhören. Ich dropp den welchen. Ich dropp den paar Platten. Warte. Warte. Die gehen hoch. Hier. Let's go. Wir haben Freunde gefunden. Let's go. F steht für Freunde. Wir sollen aber echt mitmachen. Wir bauen die heftigste Skybase hoch. Ich hab den 125 gedroppt. Das ist ja doch viel geiler, Digga. Zum ersten Mal korrekte Leute. Ja, dann können wir eigentlich auch wieder hochbauen. Ja, 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 ja. Ja, was machen wir? Let's go. Aber mach nicht so schnell, dass wir nicht verkacken. Ist egal, auch wenn die uns auseinandernehmen. Hauptsache, wir bauen einmal nach oben. Oh nein. Was machst du uns richtig zurückbauen? Was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier einmal weitermachen. Digga, meinst du die Kälte? Oh nein, nein. Ich hab nicht drauf geachtet. Sorry. Jetzt, jetzt. Jetzt, hier und rechts. Okay, weiter. Ich, hier und so. Stop, 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 stop. Das ist oben? Ja, das ist oben. Ich hab noch 55 Platten. Ich könnte jetzt gleich welche rausholen. Ich hab das Gefühl, die killen uns gleich. Wir haben halt auch noch welche. Die sollen mal weiterbauen. Mega. Die sollen, komm her, flexen. Wir flexen eine Runde. Ja, ja, okay. Ich hab, ja, ja, ich mach. Warte, zeig mal her. Ich hab 27. Ich weiß noch nicht, was die noch wollen. So. So. Wie wird der denn? Drei oder so? Alter, lass mal weiter. Hier unten. Die kann ich ganz einfach setzen. Ich hole mal ein paar neue aus dem Zelt raus. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Wow, wer ist das? Oder ich hab jetzt alle auf einmal, ne? Egal. Ich mach alles cool jetzt. Ich mach alles cool. Es ist egal. Ich mach alles cool. Es spielt keine Rolle mehr. Die sind unter uns. Digga, die sind unter uns. Ich kann nicht weiter bauen. Oder lass mich machen. Willst du schießen? Oder soll ich den mal ein bisschen abgeben an Dingen zu platten? Ja, ja, ja. Ich geb mal ein bisschen, ja? Wir machen hier. Und ich geb dir noch die Hälfte. Ich hab so viel. Ich hab so Angst grad. So, jetzt wieder. Oder was ist das für eine Skype-Made? Yes! Weil die mit den Jungs hier doch. Wer auch immer die sind. Wir werden so gebankt, Alter. Keine Spons. Keiner wird uns auseinander. Das ist echt ehrlich. Wenn die korrekt sind, checken wir denen den Sieg. Wenn die korrekt sind. Ja. Ja, okay, machen wir. Die können sich den auch so holen, den Sieg, ne? Wenn die uns abpacken wollen. Meinst du, äh, der kann jetzt ein Zelt usen. Der könnte auch welche reintun. Woher will High Five haben? Wer kriegt High Five? Let's go. Let's go. Digga, guck mal, was du baust. Komm, wie unverschämt das ist. Leute, das ist der unverschämteste Trick der Welt einfach. Keine Ahnung. Keine Schauung. Das ist unmöglich, das jetzt noch kaputt zu machen. Man kann aber wirklich manchmal nicht bauen, ne? Ja, ja, manchmal gibt es weg. Das leben noch 16 Leute, ne? Das ist eine heftige Lobby hier, ne? Das nicht so viel Low hat. Oh, ich hab ihn getroffen. LOL. Der ist Low, der ist White. Ich schieße auch auf ihn. Der ist White. Ein AP. Ein AP. Er fliegt. Ich treffe ihn nicht. Ich hab so Angst runterzufallen, ne? Ich kriege richtig so dieses schwitzige Hände. Das Gute ist, selbst wenn wir uns runterschießen sollten, haben wir noch die Spidey-Fähigkeit. Wie viel Schuss hast du noch mit der Sniper? Ich hab ihn gewonnen. Stark, ich hab 42. Du hast ihn gelockt, oder? Irgendwann hat ihn gelockt. Boom. Boah, ich hab reingeschossen. Ich hab ihn auch getroffen. Let's go. 60er Schaden. Nochmal. Der ist tot. Der ist tot. Ja, let's go. Ey, Bruder, ich hab ein kleines Problem. Nicht, dass wir gleich gebannt werden fürs Team. Also fürs Team ist geil. Ja, ich weiß, das wird eh passieren. Ey, ich bin runter. Nein. Echt? Ja, der ist runtergesprungen. Warum ist er das gemacht? Der auch. Der ist weg. Ja, oder? Warum? Keine Ahnung. Ich glaub, die wollen auch nicht wie im Team hingebannt werden. Hier ist einer. Ey, drop bei uns. Willst du mich verarschen? Pass auf, der konnte uns runterschießen, ne? Der könnte ein 31er sein. Geh nur du da hin. Bruder, wir müssen ihn. Ich glaub, du hast recht. Ich hab das Gefühl, dass die unten sagen, jetzt töte die. Das ist für welcher Leid. Ich hab richtig so'n Schmisch und die kommen eh nicht mehr auf. Und die kommen eh nicht mehr auf. Warte, warte. Go. Oh my God. 3, 2, 1. Why are you bullying me? Der arme. Er ist tot. Hier, der ist weg. Tut mir leid, Fibon. Tut mir leid. Wir werden dich immer lieben. Wir müssen das wirklich gut. Ich konnte nicht, Bruder. Ich hab so'n Schmisch. Wenn die oben alle haben, dann sagt er, wir gehen oben los. Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Das macht ja gar keinen Sinn dann, weißt du? Es könnte sein, dass das die Letzten sind, ne? Boah, ich hab Angst runterzufallen. Ich kann nicht mehr da runtergucken. Ich kann auch nicht mehr gerade gucken. Ja gut, wir können ja die ganze Zeit laufen, theoretisch, ne? Uns kann ja jetzt gar nichts passieren. Das Gute ist, uns kann nichts passieren. Aber ich könnte uns rippen. Die haben auch Metall, das sind unsere Metallplatten. Ey, Brun, 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 Brun. Ja, bau du einfach. Bin grad ein bisschen verwirrt. Sollen wir runter und dann alles zubauen? Bruder, ich kann nicht mehr bauen. Nee, du kannst nicht mehr bauen. Du hast doch Fähigkeiten, oder? Wir gehen runter, noch nehmen wir die Hops. Nein, 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 nein. Willst du sicher? Ich weiß es nicht, oder? Wir bleiben hier oben. Oh mein Gott, wir müssen bauen. Weißt du, was mache ich gerade? Das Gute ist, wir haben noch ganz viele Sachen. Nein, warte, wir haben gar keine Metz mehr. Mach dich bereit, Bruder. Jetzt oder nie. Nein, hab ich mich getroffen? Ich bin tot. Laber nicht. Nein, Spaß, ich kann die Bombe treffen. Bitte nicht. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Warum? Ich bin tot, Alex. Nein, du schaffst das, Bruder. Hier, hinter dir, hinter dir. Nein. 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 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. War der Gute Trooper dabei? Nein, war kein Gute Trooper dabei. Bis zum nächsten Mal.